Herzlich willkommen, DCTP von der Republika 2014. Mein Name ist Philipp Manse und mein nächster Gast ist Yasmina Banaschchuk. Ganz herzlich willkommen. Ja, danke. Du bist Frau Dings bei Stern.de und beim Twitter, bloggst und hast hier einen Vortrag gehalten über Fan und Fandom. Genau, Fandoms, Fankultur. Wo ist denn der Unterschied zwischen Fan und Fandom? Also ein Fan ist eine einzelne Person und ein Fandom ist so die Community, die Gemeinschaft, die dahinter steckt. Was sind da für Beispiele? Was hast du für Beispiele gemacht? Also es gibt es in allen Bereichen. Es gibt es zu Comics, es gibt es Fandoms, zu Serien. Ich glaube, das älteste, bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Star Trek. Es gab Anfang des 19. Jahrhunderts ein Eisenbahn-Fandom, also eine Eisenbahn-Fangemeinschaft zu allen möglichen Serien, zu Schauspielern, Musikern, was man eigentlich, also überall, wo Leute irgendwas machen. Und Fandom heißt quasi Fan-Gemeinschaft. Könnte man das so übersetzen? Ja, also Fandom setzt sich so ein bisschen aus, je nachdem, wenn man fragt, Fan und Kingdom, also das eigene Reich der Fans, wo sie sich, also ihre eigene Gemeinschaft, wo sie so machen können, was sie wollen und wo sie nicht belächelt werden, dass sie das jetzt toll finden, sondern wo sie zusammen sind und das zusammen genießen können und Spaß haben können. Und um was ranken? Ich meine, also Fans gibt es ja irgendwie schon länger, oder? Ja, so klar. Was ist jetzt nochmal Anlass darüber zu reden? Also, ich glaube, so viele Prinzipien bleiben gleich. Also, lustig bei der Recherche fand ich zum Beispiel, dass es schon im 19. Jahrhundert eine Fan-Convention gab zu Sherlock Holmes, also zu den ganz alten Sachen. Und jetzt durch das Internet ist es halt ein bisschen anders geworden, dass Fans sich viel schneller miteinander vernetzen können. Also, man findet viel schneller Gleichgesinnte und auch gerade im letzten Jahrzehnt haben die Industrien das auch viel mehr auf dem Schirm, dass sie Fans einbinden müssen, dass sie das auch monetarisieren können und dass sie damit, ja, da auch dann teilweise aktiv Plattformen zur Verfügung stellen, um es den Fans zu erleichtern, sich auszutauschen. Kannst du da mal so Beispiele für verschiedene Eskalationsstufen der Einbindung von Fans geben? Ja, also es fängt zum Beispiel an, dass bei vielen Serien, die laufen, dass dann auf Twitter gemeinsam geguckt wird. Also, die Schauspieler gucken dann die Folge mit den Fans und schreiben was dazu, tauschen sich mit denen aus. Okay. Dann gibt es natürlich so Sachen. Also, sozusagen, das läuft im Fernsehen, meinetwegen, und Schauspieler twittert und die Fans twittern und man trifft sich auf Twitter sozusagen. Genau, genau. Und Schauspieler sagen dann, ah ja, die Szene war lustig zu filmen oder, ah, wie findet ihr das? Oder ihr wird nie glauben, was gleich kommt oder so. Dann gibt es bei einigen schon den Faktor, dass die auf des Conventions dazugehören. Also, da können Fans Eintritt bezahlen, sich mit den Schauspielern treffen, Fotogelegenheiten wahrnehmen. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen, wie zum Beispiel in der Spiele-Community gab es eine bekannte Spielereihe Mass Effect. Als der dritte Teil zu Ende war, war das Ende so, dass ganz viele Fans gesagt haben, oh, das ist total schlecht und das ist überhaupt nicht würdig. Und die haben so viel Druck gemacht, dass das Studio ein paar Monate später eine Erweiterung rausgegeben hat und das Ende besser gemacht hat, anders gemacht hat und sogar ein Jahr später noch mal was, um sich wieder mit den Fans zu versöhnen. Was für Organisationsformen finden die denn? Also ist das so lose, so man hat so ein Forum oder gibt es da auch noch so richtige so Fan-Lobby-Gruppen, die dann Druck machen können? Also so Fan-Lobby-Gruppen sind mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht gibt es die. Klar, es gibt sicher ganz traditionell Fan-Clubs. Kennt man vielleicht aus den 90er Jahren noch, wo es Boy-Bands gab und dann gab es die Fan-Clubs. Es gibt Foren, wo sich Leute treffen. Teilweise werden die auch zum Beispiel von Bands gehostet, dass die dann sich dort austauschen können. Und dann gibt es auf sozialen Netzwerken, Communities, wo sie sich zum Beispiel bei Hashtags finden oder einfach durch Freunde, Freundesfreunde und dann weiterempfehlen. Was macht denn das Objekt, also was macht ein Objekt zum Objekt von Fans? Also was braucht ein Film, ein Schauspieler, ein Spiel, um sozusagen so diesen Enthusiasmus von Fans auszulösen und an sich zu binden? Also es gibt ja zu allem, gibt es ja irgendwie ein Fan-Sein. Es gibt glaube ich nichts, zu dem es keine Fans geben könnte. Okay, aber es ist beliebig. Es ist schon ein Stück weit beliebig, klar gibt es manche, die sind ein bisschen bekannter oder schon größer. Es ist glaube ich auch, je nachdem irgendwie, die Tribute von Panem sind zum Beispiel aktuell, wo auch viele junge Leute sich für interessieren, wo auch junge Mädchen sagen, oh, da ist die Hauptdarstellerin oder der Hauptcharakter ist eine junge Frau, kann ich mich mit identifizieren? Oder vielleicht bei Bands, irgendwie One Direction ist ja auch so eine junge Popband, ich glaube aus England sind die, ich weiß nicht ganz genau, wo man sagt, oh ja, junge, gut aussehende Männer, finde ich toll. Oder man findet die Charaktere toll, die sie darstellen, also total unterschiedlich. Und braucht es eine bestimmte charakterliche Eigenschaft, um von irgendwas Fan zu sein? Naja, du musst dich halt für irgendwas begeistern. Also Fan, man könnte sagen, dass Fan sich irgendwie von fanatisch herleitet, aber es gibt auch die Herleitung, dass man sagt, Fan kommt von to fancy something, also etwas, sich für etwas begeistern. Und ich glaube, solange man Sachen einfach mag und liebt und sich dafür leidenschaftlich begeistern kann, dann kann man schon sagen, man ist Fan davon. Ist das denn klar, woher es kommt, dieses Wort? Ja, es gibt zwei Strömungen so, also man kann, also bei einigen wird es hergeleitet von fanatic und bei einigen von fancy. Ich finde das fancy natürlich persönlich schöner, weil dieses fanatische, damit produziert man auch, so Stereotype, so die kreischenden Mädels, die in Ohnmacht fallen oder so. Du hast in deinem Talk Harry Potter häufiger benutzt. Inwiefern eignet sich der als Beispiel für Fandom? Ja, also nicht nur Harry Potter als Einzelperson, sondern die Bücher. Das ist ein großer Fan. Man erinnert sich sicherlich noch, als dann damals die Bücher neu rauskamen, die neuen Bücher, dann gab es im Fernsehen auch da die Bilder, wo sich alle verkleidet haben und dann gewartet haben, dass die Buchpremiere war. Und ja, ich habe da einen Screenshot gemacht von Fanfiction.net, das ist die größte Fanfiction-Sammlung im Netz. Fanfiction sind Schriftstücke zu Bands oder Büchern, Filmserien, was auch immer. Und allein zu Harry Potter gibt es über 70.000 Fanfiction. Und das bedeutet, da ist dann Harry Potter Gegenstand von Romanen, von Fans oder was? Das spielt im Harry Potter-Universum. Ja. Das muss nicht nur um Harry Potter gehen, es kann auch um die Nebencharaktere gehen, um Ron oder Hermine oder Draco oder Voldemort. Und je nachdem, da können Geschichten weiterentwickelt werden, da kann irgendwie ein Prequel geschrieben werden oder was passiert, nachdem Voldemort besiegt wurde. Da sind da Fantasie keine Grenzen gesetzt. Manchmal sind da auch so, werden da Romanzen beschrieben. Leute sagen, ja, ich fände es total toll, wenn Harry mit Hermine zusammen wäre und dann schreiben sie halt eine Geschichte darüber. Und taugt das was? Ist das gut? Naja, es ist halt Geschmackssache. Ich meine, manche Leute schreiben das nur so für Freundinnen oder Freunde, aber es gibt ja auch ein total bekanntes Beispiel und zwar Fifty Shades of Grey ist ja eine Fanfiction zu Twilight und gut, also die Autorin selber sagt, dass es nicht guter Stoff ist, sondern sie macht sich eigentlich selber auch ein bisschen darüber lustig, dass es so erfolgreich geworden ist. Aber es wurde ja über 100 Millionen mal verkauft und wird jetzt irgendwie nächstes Jahr kommt es ins Kino, verfilmt. Also Leute scheinen es ja gut zu finden, sonst hätten sie es ja nicht so zahlreich gelesen. Gibt es davon noch andere Beispiele? Also wo Fanfiction so selber groß geworden ist? Gibt es bestimmt, fällt mir gerade nichts ein, aber es gibt öfter mal so Storys, dass Charaktere, die eigentlich nur als Nebencharaktere oder so gedacht waren, so beliebt waren bei den Fans, dass die sich so dafür eingesetzt haben, dass die dann feste Bestandteile wurden. In Serien oder in Filmen oder in Büchern teilweise auch. Und welche Form nimmt sozusagen diese Einbindung der Fans an, die so in das Originalprodukt mitreden dürfen? Das ist unterschiedlich. Also bei Serien kann es sein, dass die einfach nur sagen, hier wir haben eine Seite, da könnt ihr euch Fanart angucken. Also Fanart heißt alles, was irgendwie künstlerisch dazu geschaffen wurde. Oder hier ist eine Plattform, da könnt ihr euch austauschen. Oder es ist halt teilweise wirklich so, dass bei Spielen, also dasselbe Studio, wo ich eben das Beispiel mit Mass Effect gesandt habe, da ist jetzt, die entwickeln gerade in einer anderen Reihe ein neues Spiel. Und da haben sie ganz früh die Fans schon an Bord geholt, um zu sagen, okay, was sind Punkte, die euch wichtig sind? Was wollt ihr auf gar keinen Fall sehen? Weil denen auch klar ist, wenn die die an Bord holen, dann ist dann nachher die Loyalität größer, dann kaufen die eher die DLCs, dann kaufen die eher die Collector Edition, die ist dann nochmal teurer und so weiter und so fort. Und ich stelle mir so vor, aus so einer Unternehmensperspektive ist das eigentlich ein gefundenes Fressen. Leute, so eine Fan-Community, die das Produkt oder ein Teil davon toll finden und echt Fans sind und es lieben und jetzt schon lieben. Und dann ist es, stelle ich es mir vor, eigentlich ein Homerun, diese Community zu füttern, ihnen zu geben, was man will, sie so ein bisschen zu züchten. Wie ist, A, ist das so und B, kommen sich die Fans da auch mal benutzt vor? Jein, also ich glaube, das kommt darauf an, wer das macht, wie das gemacht wird und mit welchem Ziel und ich glaube, Fans merken schon recht schnell, ob das ehrlich gemeint ist oder ob sie da jetzt benutzt werden und klar, man sagt bei manchen Sachen so, oh, die Schreiber, die wollten da jetzt nur die Fans mit bedienen oder so und die Fans denken aber, nee, das ist jetzt irgendwie, passt gar nicht in die Story. Teilweise sind die Fans dann auch eher noch mal die Wächter darüber, was jetzt irgendwie zum Charakter passt oder nicht und manchmal brauchen sie jetzt, es gibt so einen schönen Spruch, dass man denen geben muss, was sie brauchen und nicht, was sie wollen. Das heißt, es ist vielleicht wichtiger, dass irgendwie eine Paarung nicht zusammenkommt oder so, weil das das sonst den Zauber nehmen würde oder so. Also Jein, ich denke, das kommt immer drauf an. Das ist ja auch immer ganz interessant, also mit Fans assoziiert man ja erstmal so totale Affirmationen, ja, so völlige Kritik, Befreitheit und so, aber oft sind ja auch dann, wenn es nicht funktioniert, die Fans die schärfsten Kritiker, so, oder? Ja, und auch so, ich glaube, das ist schon, das sind halt Leute, die begeistern sich für was, die sind auf dem Gebiet auch Experten und ich glaube, da wird auch jetzt immer mehr erkannt, dass das Feedback von denen auch wertvoll sein kann und dass die auch gehört werden sollten. Nochmal ein Wort zur Republika, du beschäftigst dich ja so in deinem Blog mit feministischen Themen auch, wie ist denn so dein, wie gehst denn du sich hier über die Republika? Die haben ja versucht, wie gesagt, mehr Frauen auch einzuladen, auf die Podien zu bringen. Wie ist so dein Gefühl? Wie ist das da deine Renommee? Wie sieht das so aus aus deiner Perspektive? Also, ich glaube, dieses Jahr ist es sehr viel besser als letztes Jahr. Ich glaube, der Männeranteil dieses Jahr ist irgendwie bei 61 Prozent, haben die Programmdirektorinnen gezählt. Jetzt unter den Besuchern, meinst du? Oder auf der Bühne? Die, die geredet haben und ich glaube, es ist ein ganz, also kann man sicherlich noch irgendwie auf 50-50 hinkriegen. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Frauen auf den größeren Bühnen gesehen, aber ich finde es schon sehr viel besser als die letzten Jahre und gefällt mir eigentlich ganz gut. Es sind gute Talks dabei gewesen, spannende Sachen und wenn das so weitergeht, dann freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Alles klar. Jasmin, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Super, danke. Vielen Dank fürs Zugucken. Jasmin Abanaschuk, Frau Dingens bei Stern.de, mein Name ist Philipp Banse. Das Video findet ihr bei dctp.tv oder auf dem YouTube-Kanal von dctp.de. Danke fürs Zugucken und wenn ihr mögt, bis gleich. Ciao.